Sie muss sich darauf hinweisen, alles was sie sagen kann, gegen sie verwendet werden. Eine Frau ist gestorben. Sie waren unter ungeklärten Umständen vor Ort. Die tödliche Kugel hatte das Kaliber 9x19 Millimeter. Warum sind Sie abgehauen? Was wird das genau? Bin ich Zeuge oder stehe ich unter Verdacht? Der Tatort Sonntag 20.15 Uhr im Ersten.